Hoi da, was geht ab Leute? Hong hier. Mit einer neuen Folge von Hongrakes. Das ist die, keine Ahnung, elfte, zwölfte Folge. Langsam geht's ab. Heute kommt eine gute Folge. Eine sehr gute Folge. Aber ich mach einfach mal Play. Dann könnt ihr es selber sehen. Wir haben auch was am Sound geändert. Ihr müsst jetzt den selben Sound wie aus dem Video direkt hören. Also ich hoffe mal, dass es so klappt. Wollt ihr es nicht kaufen, oder? Go Plus. Aber das ist auch ausverkauft. Damals Go Plus echt überall ausverkauft. Das Problem ist, das Go Plus gibt es ja auch immer viele Updates. Aber es kommen auch Updates. Und was noch kommt, also jetzt momentan ist es vielleicht nicht so gut. Doch. Es war nur unterschätzt damals. Am Anfang war es einfach nur unterschätzt. Was ist Musik oder was ist Musik? Ja klar. Wir haben ja Video heute. Keine Copyright Musik auf meinem Channel. Puh. Das war geil. Das war übergang. Blindsengel. Ein Oberynest. Das erste richtig klasse Nest in München. Das haben wir natürlich ausgenutzt. So. Das schon geht ein Ticken zu lang. Aber die haben ja auch das Ding jetzt schon mal geändert. Man merkt mittlerweile, dass die Spawns... Erhöhen sind. Viel mehr. Erhöhen. Erhöhen das Spawns jetzt gerade nicht. Ich hab's gesagt. Anfang. Nur Module. Okay. Viele haben gesagt so. Bei diesem Sport gar nichts mehr. Aber es hat nichts gesporned auf der Straße. Und du hast ein Glück gehabt. Das ist sehr viel gekommen. Und ich lese halt im Internet auch nur so Dinge. Hier Relaxo. Da. 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 Das ist ein Spoiler. Eine Vorahnung hatte Tatti. Da. Ich schau mir an. Also Leute, ihr habt es gehört. Wir fahren heute zum Friedensengel. Nach dem Nest Update. Oh, yes. Wir sind jetzt zu Weiß. Das ist eigentlich glaube ich auch die erste Folge. Wo wir mein Gesicht so richtig sind. Ein Manky Nest. Wie auch man da ist. Also zumindest im Pokémon Grunian natürlich. Der eine erzählt so, er hat in einem Tag drei Kokowais gemacht. Dann brauchte du 50 Bonbons. Geil, Coco was ist eigentlich nicht so toll. 150 Bonbons, aber wie gesagt, damals echt schwer Bonbons zu sammeln. Ich hoffe, dass wir heute auch ein paar fahren und das war spannend. So, ich hab kurz mal unterbrochen. So, auf geht's. Tonqualität ist, immer ganz okay. So, das muss eigentlich ich hier sein. Astro, dann guck mal auf. Ja, mal gucken. Aber leider nicht. Vielleicht passiert dann was. Ich will das eigentlich nicht. Wir gehen dann einfach runter. Ich weiß halt nicht, wo wir dann lang gehen müssen. Aber ich denke mal, hier so in der... Oh mein Gott, gleich passiert's heute. Ich will das nicht nochmal miterleben. Tut mir das nicht an. Nein, ich will nicht. Vielleicht kommt ein krasse Moment. Ein legendärer Moment. Das heißt, ich kann hier schnell ausmachen. Versuch mich einzuloggen, ihr seht's. Einloggen dauert bei mir. In letzter Zeit ein bisschen länger. Noch nicht schneller einloggen. Oh mein Gott, hier ist ein Relaxo gespawnt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich leide. Oh mein Gott, ich hab ihn sogar angeteckt, ich muss parken, Leute. Oh mein Gott, ich leide. Oh mein Gott, 10 Sekunden zu spielen. Oh mein Gott, 10 Sekunden zu spielen. Oh mein Gott. Und während dem Autofahren ernst tot. Auto steht. Über Nacht wurden meine Hundefotos zum Internet. Auf dem ist kein Auto. Auto steht. Hier hätte ich laufen müssen. Aber wie gesagt, ich hatte diesen Instink. Oh nee, jetzt ist es. Es ist ja los. Unerfahren. Und wir reden gerade noch so. Es spawnen überall. Ich hab einen Relaxos. Ich hab keinen und auf einmal vielleicht einen. Schreibt unter den Kupptage, ob wir hier aus dem Auto gesprungen werden. Oh mein Gott. Und zu dem Galaxo gelaufen werden. Im Nachhinein natürlich. Oh mein Gott, warum nimmst du so lange? In dem Moment, ich weiß auch nicht. Ich hab nicht dran gedacht. Ich hab's nicht gemacht. Okay, er springt hoch. Und es hat ewig gelaufen, bis ich die zweite Chance auf den Galaxo gekommen habe. Auch wenn er nicht gut ist. Für meine Bekommen ist es immer gut, Mann. Dieser Moment jetzt. Jeder Wurf von Tati nicht trifft. Alter. Wir müssen aber gleich wieder zurück, damit er auch... Richtig leidend. Tati wirft und wirft. Und es bleibt einfach nicht drin. Wurf Nummer 2. Es war Wurf Nummer 3, Tati. Und schon wieder nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Gut, dass ich noch Saga macht dein Handy an, Alter. Ja. Jede Sekunde, jeder verfehlt den Wurf. Richtig leidend. Der dritte Wurf. Mein erstes Galaxo. Und ich sehe nur den Schatten davon. Und da ist er. Mein zweites Galaxo. Und... Da ist er. Du meinst er war nicht gut? 800 WP. Aber egal. Schauen wir mal die Bewertung. Es ist nicht so beeindruckend. Das heißt, ich kann eigentlich wegschicken. Eigentlich schon, ja. Aber ich brauch den Dex einfach. Aber das schauen wir gleich mal. Sendkopfstoß, Hyperstrahl wären sogar die besten Attacken gewesen. Naja. Und jetzt schauen wir mal, ob Hornis auch gleich seinen kriegt. Wer weiß. Wer weiß. Also du würdest zahlen. Nein. Ich hab ihn nicht bekommen. Einfach nein. Nein. Nur ein Kapp oder? Hast du ihn gefangen oder? Nein, nein. Er ist weg. Bei mir aber nicht, oder? Komisch. Er ist weg. Bei mir erlebt er die ganze Zeit, Mann. Was ist da los, aber? Hallo. Meine Bitte. Das war... Bis dahin. Der spannendste Moment in Pokémon GO bei mir. Schade, schade, schade. Er muss hier auf der Strasse sein. Wenn er noch da ist, dann hast du... Ich glaube wir waren nicht auf der richtigen Strasse. Alles weg. Wir haben zurückgefahren. Ich glaube das war nicht die Strasse, aber egal. Er wird auch gar nicht mehr angezeigt, also. Keine Chance. Schade. Ein Eichklub. Das passiert alles außer Gedanke. Und Leo aus dem Eichkapp. Los geht's. Los geht's. Los geht's, Leute. Wir haben unsere... Das erste O-Roll. Auf dem Radar. Die Frage ist nur wo. Die Frage ist wo, ja. Alles klar. Wenn ich nicht mehr so... Das ist kein Problem. Der Radar. 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 Ich hoffe ihr hört ihn noch gut. Das ist irgendwie echt schlechter geworden. Bei mir ist er schon angezeigt. Ein Himmels Oberhessen, 43 GP. Ja, das ist so Muschus gekommen. Mal war spotter, mal war schlecht. Meistens eher schlecht. Okay, mein Charakter schwindet wieder. Da vorne ist ein Nidorang. Wir holen uns auch noch. Und da haben wir einen Karpel. Das war glaube ich ein anderes Oberhessen. Aha. Das war glaube ich ein anderes Oberhessen. Bei dir? 560. Nicht schlecht. So, wir fangen jetzt ein paar Oberhessen. Das war auch eines der am Anfang erfolgreichsten Videos. Zehn. Ein bisschen mehr als zehn. Das war glaube ich als erstes die Tauren. Einmal. Hat momentan 2000 Videos. Eigentlich ziemlich solide. Ich brauche hier einen auf Trainer Tipps. Das war das erste Mal, wo ich diese so Zeugs halt gemacht habe. Wo wir ins Bild laufen, aus dem Bild laufen und so. Es gibt momentan gerade keinen Ton. Weil, ich glaube ich habe einen Song im Hintergrund verwendet, der Copyright hatte. Den musste ich dann im Nachhinein entfernen. Aber deswegen ist der Sound auch so schlecht geworden. Ich verstehe. Wobei Glomanda habe ich auch einen Spot, der ist bei mir. Weil ich das entfernt habe umlassen und dadurch der Ton etwas stimmt. Bei mir Spot auch immer. Bei mir zuhause auch stimmt echt man. Aber Ding Glomanda entzelten. Und dieser Samen auch entzelten. Okay, die haben hier eigenen Ding aber. Glomanda echt selten. Oh mein Gott, es ist gekommen. Ja. Oh yes. Ihr seht, ich bin irgendwo im Wasser gelaufen. Auf dem Wasser. Wie gesagt, ich weiß nicht mal, ob es genau dasselbe ist, was Taktiker trinken. Bei mir, es war so verrückt damals. Es springt echt gerade. Die sind echt alle Ends hartnäckig. Schau, wie die alle jagen hier. So, wenn das ging ab, ja. Das war echt krass. Damit wird der Arena eine recht leichter. Kokowai, damals richtig krass. War sogar ziemlich hoch in der Arena. Wie war der? Was ist der bei dir? Bei mir über 400. Aber irgendwie fange ich den nicht selber. Alter, sehe ich den? Ja man, auf geht's, sehr gut. Jetzt geht es das am Ende der Besserung. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Owei wurde gefangen. Zweite für heute. Also auf YouTube war ich das bearbeitet. Im Nachhinein. Oh, Labgras! Labgras zu Kass. Auf geht's zum Labgras. Oh mein Gott. Aber den schaffen wir nicht. Am Friedensengel vorne ist auch ein Ober-Ein, wo deine Finger ist. Ist da ein Labgras? Nein, da ist ein Ober-Ein. Ist da ein Labgras? Gasteig. Gasteig? Wo ist der? Ist ja eins weit weg. Schaut man das zu kurz? Hört ihr es, ich weiß nicht mal wo Gasteig ist. Ich bin tot, Mann. Ich bin tot, Mann. Ich bin tot, Mann. Gelachso Labgras, was für einen Tag? Das wäre so ein krasser Tag gewesen. Das wäre so ein krasser Tag gewesen. Oh mein Gott. Bargisch. Mr. Unzuverlässig am Start. War's alles gut, Mann. Schön, dass du gekommen bist. Ich glaube die nicht. Ich bin tot. Ich bin tot. Da oben ist eine Straße. Das erste Zusammentreffen. Von Bargisch und fackig. Und dann auch eins vieles Vornehmer. So ist es ein Video. Ja, aber ich will es nicht beschwören, Alter. Diese Kombination wird uns jetzt länger verfolgen. Ich bin bald auf Maximum, Mann. Oh mein Gott, Level 30 ist so saftig, Mann. Level 30? Ich muss nicht so wie die verrückten Jungs hier. Ich sag ja, manchmal hat es auch Vorteile mit dem verrückten GPS. Aber wie gesagt, meistens nicht. Ah ja. Auf jeden Fall ja. Und jetzt? Kommt die doch drauf? Kommt die runter? Nein, komm rauf! Nein, komm rauf! Also die kommt nicht rauf. Doch, doch. Geht schon. So. Da war wieder ein Soundtrack. Den ich entfernen habe lassen müssen. Deswegen einfach Stille. Komische Stille. Und Bienen, die die Kamera angreifen. Wir warten auf Baris. Der ist irgendwie verschwunden. Keine Ahnung, wohin. Aber ja, da kommt er. Und weiter geht's. Ne, jetzt hocken wir alle drei da. Wo? Ganz hinten, wie da oben. Und dann sind wieder zwei Ova. So. Ich bin ein paar Jungs getroffen, die auf Ova-Jagd sind. Zauva ist am Start. Tati, bitte rechts, links und rechts schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der geht halt nicht. Richtig mal die gefährliche Straße. Also das ist echt eine gefährliche Straße. Da ist immer Verkehr. Also Vorsicht, Leute. Oh yes. GPS ist diesmal in Ordnung? Ist in Ordnung. Bei mir schon. Hä? Ich hab keine Ova. Oh mein Gott. Richtig komische Szene hab ich da. Richtig aus dem Nichts. Er hatte die Jungs für eine Weile verloren. Jetzt treffen wir uns wieder. Oh mein Gott. Rommos, geht ab, Mann. Ich war irgendwo irgendwas jagen. Wo warst du, Alter? Ich war hier. Dann war ich da unten. Mein Charakter war die ganze Zeit Bordeauxplatz. Echt? Ja. Von hier bis zum Modulplatz? Ja. Das waren diese vier Module, ja. Krass. Du hast ja auch wieder bis dort hinten anklicken können. Ja, klicken schon. Pokesturps, Pokémon, aber da war nichts krasses. Das ist eine gute Szene. Das ist ein guter Winkel. Das ist ein guter Winkel. Das ist ein guter Winkel. Ja, das ist ein guter Winkel. Ja. Aber jetzt hatte ich noch eine Schultertasche. Ich hab's dann gegrafft. Ich hab's dann gegrafft. Das kommt Plaute. Wir haben irgendwie alle o-weiß ausgeschöpft. Schauen wir mal, was jetzt geht. Ja, Mann. Dann gehen wir noch was zuerst. Das ist fresh. Das ist mal wieder angeschaltet. Ja, und dann? Ja, das ist cool. Ah, was schon. Ja, geh mal kurz. Warte, ich sag. Ich hab Hunger. Wir gehen schon was zuerst. Wahnsinn. Das ist ein o-wein da, oder? Sight Dings. O-wein. Wo? Sight Dings o-wein. Gerade wo wir gehen wollten. Wo hast du o-wein? Bei mir schon. Und das Shigi da hinten. Ey, wieso zeigt er bei dir auch Shigi an? Ja, weil das noch da ist. Nein, weil er da hinten, weil er sich da hinten rumtreibt. Hier drehe ich mich rum. Oh mein Gott, das Shigi und das o-wein ist da. Oh mein Gott. Echt jetzt? Oh mein Gott. Und er kann es hier an? Okay, Shigi verpiss dich. Alter, wissen wir wo das ist? Shigi verpiss dich. Oh mein Gott, ich hab wieder Shigi angeklickt. Und er läuft einfach zu den Pokémon. Also die GPS Sliden, da werdet ihr noch viel mehr erfahren. Das war eigentlich. Ich brauche noch einen o-wein, der hat 2400. Ich bin normal. Ich leite eins gerade. Ich finde so o-wein geht gerade nur noch ab. Gehen wir jetzt zurück oder was? Gehen wir jetzt zurück oder was? Gehen wir jetzt zurück. Warte. Also ich versuche mir mein erstes Kokowai zu machen. Bargisch gibt es die Bombo nur, um sein o-wein zu pushen, sein Kokowai. Weil, ihr wisst, er hat ja richtig krass gesuchtet. Glaub mich, ich investiere nur in die Bombo. Und das die ganze Zeit ohnehin. Alles egal. Dafür, die Sabt ist mal... Das ist die Parasex auch geil. Warte, das ist 714. Warte, nur wenn er krass Attacken hat. Dem ist auch nicht so schlecht. Ich hab schon tausend. Sabt doch. Aber 714. Schlecht war der. Das ist 714, das ist schon ziemlich heftig. Weißt du, die könnten bis 800 gehen. Aber für damalige Verhältnisse. Und für das Level das wir waren. Ich glaube, das ist echt, dass ich immer noch kein Ding gefangen habe, oder? 2-2-2 Kokowai. Oh mein Gott, so. So gestellt. Alter, das ist krass ober-Nestner. Ich hätte ihn nicht gedacht, Mann. So schlechte Schauspieler. Also, es gibt echt fette Nests, aber... Bis hier ist echt ein... ...art Kamerab. Alter, aber... Und dann fett auch noch mal sein Text. Ich bin gerade echt im Gelauf auf jeden Fall. Ein fettes ober-Nest. Noch fetter geht es gerade. Also, ich muss ehrlich sagen, ich hatte... So fett war es so. Es war halt das erste Klasse in München, aber... Ich glaube, 16 oder so. Wahnsinn. Na ja. Jetzt habe ich 61. Also, ich habe jetzt knapp gelang waren jetzt hier. 2 Stunden. Es sind aber nicht immer so... Es sind so viel gelaufen, aber nicht so krass. Wir sind nicht jetzt an jedem Punkt gelaufen. Ich schon. Wir haben einen Kokowai halt. Könnten wir... Zum Beispiel hier. Perfektes Beispiel. 98% Kokowai. 98%? Du hast es aufgewertet. Das beste Psycho-Pokémon. Ja, dank dem Wormo. Ja, genau. Aber ich sage ja mal, hätte jetzt zum Beispiel eins machen können. 98% hat man wohl 2-4 irgendwas. Das ist echt. 2-4 irgendwas für das Echt. Ich muss ehrlich sagen, 2-4 irgendwas für das Echt. Ich habe den Wormo. Ich habe den Wormo. Ich habe den Wormo. Ich muss mich schon sagen. Da steht hier einmal gefangen. Ja, ja. Weibes-Nürrein gefangen. Ja, mehrmals hinten gibt es den Radini-Spot. Das ist eine stelle Lichtung. Ja. Kennen wir schon auch noch einige. Also, hier ist echt gute Ecke. Das ist schon geil am Hintergrund. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, kann ich mir empfehlen. Das ist ein Tunnel. Stimmt, was geiles drin. Irgendeine Szene, ein Video. Oder ein paar Instagram-Fotos. Genau so ist es. Das war's von uns. Vergesst nicht. Aber naja, das war's von uns. Servus Jungs. Hier euer 3- Alles klar, danke Tati. Für dein Outro. Alter, durch die Stelle muss ich mir merken. Die sah echt geil aus. Eine gute Kulisse für irgendwas. Also muss ich im Hinterkopf behalten. Aber ja, das war's von mir. Eigentlich ziemlich lange eine Folge, wie ich mein erstes Gelapso verpasst habe. Checkt das Video ab. Checkt alle alten Videos ab. Checkt alle Videos ab. Aber ja, lieber liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mich auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Neuer Shop, neue Preise. Vergesst nicht. Pokémon is serious business.